die tür dahinten ich habe keinen schuss keine emotion mehr ja dann lass uns schön haben sie sowas eingebaut um die leute noch mehr zu frustrieren so ich geh mal zur metro und dann wo müssen wir denn hin wird das wieder nicht angezeigt oder was jetzt wieder täglich abgeschlossen er wo ist denn das mit der batterie ja da klein berlin da mal meint er dem regie im außenposten beim siegesboulevard müsste es ein batterie vor geben in einer batterie füllen die so schnell nach dem wasser dies ist der siegesboulevard der von general luther brand aus heme so benannt wurde nachdem er vor vier jahren an dieser stelle einen aufstand niederschlug von damals hat jack seine narben und viele tapfere widerstandskämpfer verloren ihr leben jetzt ist der boulevard ein kalter toter ort aus stahl und beton also viel glück mädels junge junge olle loder 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 ok sehen wir uns um was geht denn hier ab hallo ich wollte gerade ein messer werfen mega krass und voll extrem jazz auf uns aufmerksam gemacht hinter uns sind das bist du Leute ich habe gerade auf dich geschossen oh was ich habe geklappt der bescheuert mich einfach nur an Affe uuuh 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 Oben vom Balkon, die Dreckssau. Hier ist Rüstung, falls jetzt alles raus. Oh ja, ich denke. Klick, 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 alles eng gesammelt. So, ich hab hier... Pulverisiert, würde ich sagen. Ich hab hier so ein... Greife von der Seite an! Greife von der Seite an? Hinter uns. Denk ich jetzt auch noch an der Seite anweichen. So, ich hab ein Laser. Wenn du so eine Kiste siehst, sag mal Bescheide hier. Wollen wir hier erstmal rein? Oder hier ist es noch nicht? Oh, hallo. Was die aufgeladen ist, hab ich schon wieder 300 Schuss kassiert. So, der hier nicht weiter. So, erstmal die Hauptmission machen. Du bist da schon wieder irgendwo. Ja, ja. Ich muss mal gucken, wo sie hingeht. Hier ist eine Sprengtür. Wieserkraftwerk zum Öffnen. Und seh ich dann, welche Waffe ich gerade ausgerüstet hab. Ich hab ein Laserhammer. Ich hab bestimmt... Kistchen mit... Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Hier geht's irgendwie nicht... Doch, hier geht's weiter. Eigentlich reinge ich doch nicht mit dem Öl Dieselhammer. Ich mag ja aber die Karte rein. Das stimmt ja mit dem Lippen nicht. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich stehe jetzt hier vor Gegnerz. Äh, da muss ich mal gucken, wo du bist. Machen wir erstmal hier den Kommandanten. Hedger. Oh, abgeschlossen. Siehste? Da oben tot? Kurzen Prozess. Ich weiß nicht, wie du dich so bekannt machen hast. Hm. Leck, 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 leck. Das braucht mich. Da ist ein Gegner drin. Das wär lustig, ey. Oh, das ist ne Laser-Batterie, guck an. Laser-Dingens. So wie es halt auch richtig heißt. Laser-Dingens. Hier steht ein Gegner drin. Guck mich an. Jäger. Ein Gegner. So. Laser-Dingens-Bummens. Wohle? Kommt hier drinnen an der Tür, aber kommt nicht raus. Ist zugeschlossen. Klasse. Wollen Sie sich nicht angucken? Ja, durch die Tür. Ist so ein Sicht-Schlitz. Kommt man bestimmt hier rein, ja. Klar kommt man hier rein. Juhu. Der ist Level 20. Welches Level bin ich denn? Ich bin doch noch keine 20. Der ist schnell umgekippt. Ich bin Level 19 mittlerweile. Ich bin der Angeber. Warten auf Code-Anfrage. Code-Anfrage. Code. Ich suche gerade noch ein Terminal. Warte mal. Jetzt hängt der bestimmt irgendwo oben. Oben, oder? Ich hab's hier. Du brauchst nur. Entweder kommst du zur. Kannst du auf den Türben, wenn du magst. Wenn du willst. Ich hab's aufgemacht. Ach hier. Warte. Warte mal. So, hilf mir bitte mal, hm? Achso, ich soll dir jetzt helfen. Achso. Einmal diese Eingabe gedrückt halten, ey. 4407. Hast du? Joho. Grüß dich, Herbie. Wunderschönen guten Abend. Ne, so Zuschauer ignorierend ist das Spiel an sich nicht. Ist kein richtiger Multiplayer, sag ich jetzt mal so. Kiste hier drin hattest du gefunden mit dem Geld. Kiste hier drin mit dem Geld? Da einfach auf der anderen Seite ganz tief reinkriechen. Jo. Hey, warum war Papa wohl so launisch bevor er verschwunden ist, Jess? Hast du dir so eine Disketten-Dingans-Scheiße gesehen? Ne, ne? Ne, ich hab oben auch freiges Kippen. Irgendwie lege ich die Batterie in den Laserschneider ein. Ah ja, dann müssen wir wieder raus. Jetzt hab ich mal ein komisches Gewehr fallen lassen, ne? Ja, weil du da runtergeklettert bist. Oh leu. War da unten was? Ja, du kannst zu Level 3, Bruder, raus, aber ich denke nicht, dass das eine gute Idee ist. Also das knallt dann wieder mächtig meinste? Ja, kurz. Kurz und heftig. Na dann, ab zur Metro. Uuuuuhhhhhh. Ja ne, irgendein Bein mehr. Wer hat kein Bein mehr? Achso, weiß ich nicht. Gestolpert vielleicht und dann blöd umgeknickt. Ja. Guck mal hier durch. Nö. Ach, hier unten durch. Das ist ja viel zu einfach. Wenn du mal so ein Laserkästchen siehst. Oder ein Gegner. Ein. Gegner, check. Kannst du, um zu schießen? Klingt ja mit dir nicht. Oh, da kam eine Granate geflogen. Ich würd sagen, wir gehen einfach mal hier durch, oder? Alter, diese Schrotflinde ist übermenschlich. Vor allem, weil die 40 Schuss hat. Ne, 30. Hallo? Hallo? Position! Verstanden! So, wir waren doch eigentlich schon fast in der... Warte mal, hier können wir noch mal rein. Da oben auf dem Dopp. Ich hab Dorst! Da würd er sagen. Ich hab Dorst! One shot, head shot. Oh, okay. Helfen Sie mir doch mal hier mit der Tür. Wo bist denn du? Über dir. Über mir? Warum bist denn du da schon alle drinnen? Du gesagtst, wir können da hoch gehen. Ne, ich hab gedacht, ich wollte hier in die Tür rein. Ja, warte. Dann komm ich wieder runter. Wahrscheinlich ist das der gleiche Weg hier. Hier? Aber was man einmal freigeschalten hat, dachte ich kommt mal wieder rein. Aber die Tür geht ja wieder zu, ne? Offensichtlich tut sie dies. Aber das ist genau der gleiche Weg. Na, herzlichen Glückwunsch. Einmal umsonst zurückgekommen. Lagt da oben noch irgendwas rum? Manni, Manni, Manni. Rüstung, Rüstung. Da ist cool, wenn ich alle Inden sammle. Das ist so ruhig, ey. Ja. Aber im vorherigen Wolfenstein war es dann noch ruhiger. Da musst du ja die Waffen noch alle selber aufheben. Oder? Ich glaube. Oh, da ist jemand. Oh, da ist noch jemand. Oh. Eine Granate. Hoch. Oh. Das freut ich nicht, sorry. Oh. Oh. Ach komm, gehen wir mal runter, gucken wo sie abgeht. Hat der überhaupt nicht. BTS. Das ist eine niedliche Medizinische Aufmerksamkeit. Oh. 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 Die Flinte ist einfach mega. Aua. Oh. Auf einmal steht er hinter dir. Da die spawnen, äh. Alter Junge. Oh, der ist der Elite. Oh, der ist Totenkopf. Ja. Ich komme zu dir gekochen. Oh, äh. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ja. Scheiß. Gut, dann kostet uns das vorhin, was ein Heavy macht ja auch nichts. Äh. Ich muss ausbluten drücken, damit ich neu spawn, oder was? Ja. Ich muss meine Position setzen. Alter Junge. ich bin schon wieder da kommt der elite wieder denn ich lauf weg ich glaube ich bin gestorben sind wir jetzt beide gestorben sind wir jetzt wieder am anfang nur du bist gestorben aber ich bin mit gestorben quasi naja das ist ja doof schwestern und so oder wie er ist aber auch ganz gut ja wir wollten ja jetzt zurück naja warte mal wir können doch gleich die nächste quest machen ach so die ist ja noch nicht zu ende müssen wir nicht das ding noch einlegen in den brenner ich würde gerade sagen dann machen wir gleich die nächste quest aber die ist ja noch nicht fertig ich lege die batterie in den laserschneider alter der soviel schaden verteilt das kann doch fast nicht sein nur weil er so ein bisschen elite war ja der war ja schnell tot das problem waren die anderen typen also war der elite doch tot wenn das der ganz große war dann lebt er noch so machen wir es ein bisschen subtiler jetzt oder von entfernung oder was oder was geil eine granate ok gut das geht auch nicht wäre klar aber ich denke ich habe das hier immer ich hätte gefunden ich hätte gefunden ich habe mich nicht treffen oder auf der einfach so viel erpäert ist er kam gerade auf jeden fall den fleischbocken angeflogen auf meine granate ja da denke ich dass er tot ist hier oben ist noch geld milzkette ok oh ich komme dafür die tür nehmen unten ja waren wir nicht schon mal hier drinnen ja ne also ich nicht weil ich war ja schon mal drinnen und habe keine diskette gefunden deswegen vermute ich mal ruckel ruckel ich glaube immer wenn er neue level abschnitte laden muss dann fängt er bei mir an rum zu stottern einfach der rechner zu schlecht was wir machen ja so ich komme zu dir rüber ich komme zu dir rüber steckungsfeuer also drauf halten kann ich mit meiner auch nicht ne naja ich sehe jetzt da hoch ich regle das da drin ich sehe wie du es da drin regelst direkt umgefallen die geblüte hier wieder grimna mega krass und voll extrem jess oh derbe jess ok so sowohl als auch die stehe die aber scharren scharren die 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 gerät hier ja das er wieder herkommt kam aus deiner richtung ich verstehe es nicht so dann gehen wir mal dahin stand hier nicht auch wo man dicker so kann man christian aufmachen kommen dass man die kisten aufmachen weil wir haben keine herzen mehr ganz cooles prinzip ist schon geil so dann schneidet doch mal den brenner hier wie aufladen aufladen heißt das gleich wieder gegen da kommt was zum hänker ein wichtiger maschinenkommandant wenn wir ihn ausschalten können können was probieren gefällt mir übelst wenn ich das höre was ist das mörderloch was ihr gespeckt was zum teufel bruder 2 jetzt durch den untergrundeingang betreten noch eine drohne ne ihr beiden seid klasse ich weiß warum euer vater so große stücke auf euch hielt wir sind komischen maschinenkommandanten probieren können wir gerne machen wo ist denn der ich sehe es nicht auf der ich sehe es zwar auf der minimap bohrer ist aber das ist der dreckige der uns gerade eben auch schon den platz versorgt hat hier hier sind das kettenterminal hier wo ich stehe maschinenkommandant fleischer letzten verhörer blablabla insgesamt der kandidaten als verborene geheimraums in einer wohnung über dem über technikladen in der nähe des metro eingangs beim siegesboulevard die tür ist mit einem klammerverschluss gesichert der nur mit dieselgranaten aufgeschwenkt werden kann ok dann haben wir hier noch was oleg wir haben eine munitionskiste und ein paar lebensmittelvorräte in der hütte beim kanalisationsausgang verstaut sie ist von innen mit einem vorhin geschloss gesichert so dass man nur von der kanalisation aus reinkommt ok kannst du hier auch deine disketten reinschieben wenn du willst ich hab meine disketten schon reingeschoben achso von oben sind ein paar aber hier ist ja schon dieser politiker warum fliehst du denn auf die fliege? was ist denn mit dir? komm ich da ohne probleme an dich ran? ich kann nur einfach mal runter bekommen ich kann auch runter fallen ah kannst du? was war das? bin einfach umgefallen und war tot grüß dich grüß dich bist du den bei dir? ja du sieh mal an guchen hier ach das war der? der hat mir wahrscheinlich die granate von da oben ang上 Google das deutsche kommen von hier aus auch dahin ansonsten gehe ich wieder zurück und ja dann den dicken getroffen hier sind schon wieder gegenwärtner mann ich habe gerade 40 schon schronfeld in die leute reingeballert ne 30 trotzdem unnormal sind schon wieder hergekommen das regimen wird ein treffen ganz in eurer nähe abhalten geht zum treffpunkt und versteckt ein mikrofon im telefon ist die informationen kommen viel erfolg bei dem dicken das ist eine gute idee das ist ein gespieler da guck mal hier kann ich rüberhüpfen denkst nicht werfen leere volles gewehr weg oder was das hängt vergessen dann lädt sich immer wieder auf oder Die Rüstung ist gleich weg, mach einfach die Taktik wie ich hier mache. Oder du hättest uns einfach hier den Rücken sauber. Oh shit, ist schon zu lange oben. Du musst die halt immer knüppeln, ne? Zeig dem Regime wer der Boss ist. Die gucken nicht so gut. Macht genau das gleiche wie ich mache, das ist perfekt. Wir müssen auf die Arme und auf den Rücken schießen, hat jemand aus dem Chat gesagt. Ah, easy. Schreife sie von der Seite an! Hieß der, war doch gar nicht so schwer. Ne, hätte man auch ganz einfach machen können. Mit dem Gerät? Ja, ich weiß nicht ob das geklappt hätte. Weil der Bumm hat ja schon ein bisschen rein. Mit seiner Knarre da. Ja, da gehst du schon auf die Fresse denken. Hast du ein Laserkraftwerk to go? Ne, ne? Und dann würden wir hier reinkommen. Ne, das kannst du nicht mehr abnehmen. Früh kannst du es nur abnehmen. Lange nicht zwei Waffen, ey. Ah. Ja. Ja gut, dann hüpfen wir durch das Loch, oder? Wir müssen doch durch das Loch hüpfen. Ja. Wollen wir hier durchgehen? Wissen nicht. Ja. Oh. Danke für den Tipp Schakal. Alles gut im Hinterhof. Hat gut geklappt. Ah, cool. Hast du den Yoko-Suna-Move, oder was? Klappt wohl nicht so. Geht doch. Bei mir ist das noch offen. Äh, noch zu. Echt? Ja. An der Seite ist das ein bisschen aufgeplatzt gewesen, ja. Granate ab! Granate ab! Peng! Oh nein, Gegner hat's. Wir sind nicht da, wo wir hinwollten, ne? Korrekt, ja. Und. Oh. Er hat's überlebt, oder was? Alter, Junge. Die Erschütterung hat selbst mich von der Beene gehauen. Ist er noch da? Ne, ich glaub er ist tot. Aber wir rennen noch irgendwas anders rum. Ja, da ist noch ein Geschütz an der Wand. Ja, die Drohne. Kaum nervig, Alter. Der war da. Oh, was sind denn die abgeschossen? Ich hab zwei weggemacht. Ich hab nur zwei gesehen. Was? Da ist immer noch eine. Hä? Können wir jetzt durch dieses kackige Loch mal gehen? Ja. Kackige Loch. Kackige Loch. Oh. Oh, Alarm. Da ist immer noch ne Drohne in der Luft. Kackige Loch. So, wo bist denn du jetzt wieder hingerannt? Und los. Oh. 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 Vielen Dank.